Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geek Talk Daily. Heute ist der Freitag, der 19. Juli 2019 und ihr hört die Geek Talk Daily 655. Erstmal noch Entschuldigung für die zwei ausgefallenen Folgen diese Woche, aber der Umzug hat es gefordert und zwar richtig. Die Themen von heute, Facebook-Bilder, Podcasts-Exklusiv, Exklusiv-Podcast, Face-App und Carpool. Neben interessanten, lehrreichen Themen auch zwei Warnungen oder kleinere Hinweise, würde ich mal so sagen, in Vorsichtig. Wer Bilder bei Facebook runterlädt und diese nachher später irgendwo verteilt, sei es auf eine Webseite einbaut, sei es per Mail verschickt oder auch sonst was damit tut, Der sollte aufpassen, denn wie der Twitter-Nutzer Edin Jusupovic rausgefunden hat, integriert Facebook in die Bilder, welche auf der Plattform liegen, ein Tracking-Code, so dass sie, auch wenn die Bilder eben weiterverwendet werden, ausserhalb von Facebook, das Ganze tracken können. Ziemlich unschön, aber passt irgendwie zu Facebook und den ganzen Geschichten, die wir in der letzten Zeit darum hatten. Denn Spotify hat ja schon ein paar exklusive Inhalte, die sie als, ich sage jetzt mal, Podcast bezeichnen und diese exklusiv auf ihrer Plattform ausspielen und das hat sich nun jetzt ausgeweitet. Neben Paradiologie und kleinen Fragen, so wie Fox & Sheep und weiteren Formaten, kommen weitere exklusive Titel nur auf Spotify. Der Grund, weshalb sie das tun, ist logisch, denn umso mehr Stunden, Minuten und Sekunden, die Kunden von Spotify nicht im Audiokatalog der ganzen Musikanbieter wie Warner, Sony etc. verbringen, bringt ihnen natürlich Geld. Sie müssen da keine Abgaben an eben genannten bezahlen. Somit logisch, dass man dann auf den Podcast-Zug aufspringt und Audio-Formate, man könnte dem auch Hörbücher sagen in dem Sinn, dann als Podcast verkaufen und das exklusiv anbieten. In die Richtung soll es anscheinend auch bei Apple gehen. Wie die neuesten Gerüchte jetzt besagen, soll auch Apple gehörig in die Richtung investieren und laut Bloomberg sich das eine oder andere Format exklusiv für die eigene Podcast-Plattform aufbereiten lassen. Nicht der Weg, was ich und viele andere Menschen und auch teilweise sicherlich Hörer von uns unter Podcast verstehen, aber ja, ist halt wieder mal ein Hype und ja, die dritte Podcast-Welle aktuell. Weiter geht's mit einem Thema, was ihr sicherlich in eurer Timeline diverser Social Networks wie Instagram, Facebook und Twitter in den letzten Tagen sehr stark gesehen habt. Die virale App FaceApp hat mittlerweile Daten von 150 Millionen Nutzern. Das sind Daten wie eben die Bilder von aktuell, wie sie aktuell ausschauen und dann wird es runtergerechnet, wie sie früher ausgeschaut haben und hochgerechnet, wie ihr später ausschaut. Wie gesagt, die Bilder, die kennt ihr sicherlich und vielleicht hat der eine oder andere das auch genutzt. Ich hoffe, unsere Hörer eher weniger, denn ja, ich dachte, wir hätten gelernt aus Cambridge Analytics und ähnlichen Geschichtenskandalen in den letzten Jahren. Man sollte nur, weil eine App eben gerade so ein Hype ist, nicht unbedingt gleich immer jeden Quatsch mitmachen, denn da wandern neben Daten von eurem aktuellen Bild, also dem Aussehen und die ganzen anderen Geschichten, die ihr da noch mit angebt, Daten, Namen und so weiter, alles in eine grosse Datenbank, die dann vielleicht auch irgendwie dann halt wieder andersweitig genutzt wird. Wenn man da die Terms of Service durchliest, wird es einem ziemlich übel. Gut, das wurde es einem damals auch, als Facebook neu auf den Markt kam und es hat selten jemand gestört. Aber eigentlich hätte man, wie gesagt, nach Cambridge Analytica im letzten Jahr ein bisschen lernen dürfen. Ein kleiner Tipp, wer die App noch auf dem Smartphone hat, sollte der App, sofern er sie dann nicht mehr braucht, die Berechtigungen entziehen, denn die darf im Hintergrund fleissig Daten von euch sammeln und das sollte nicht unbedingt sein oder zumindest nicht noch im Interesse sein. Zu guter Letzt gibt es noch eine Ankündigung. Carpool Karaoke, das Format, was Apple dem James, wie heisst er, irgendwie, Cameron, Cameron, äh, Mist, genau, Namen, nicht abgekauft, sondern übernommen hat. James Corden, genau, jetzt habe ich es. Das Format geht mittlerweile in die dritte Runde. Es wird fleissig gedreht und da im letzten Jahr das Ganze im Herbst gestartet hat, geht man stark davon aus, dass die dritte Staffel auch in Apple TV im Abherbst dann verfügbar sein wird, weil, wir wissen ja alle, der Streaming-Service von Apple startet und exklusiv Content zählt halt ziemlich stark aktuell auf allen Plattformen in alle Richtungen. Das war's mit den Neuigkeiten. Wenn es irgendwie geht, werde ich euch übers Wochenende vielleicht noch eine Folge rausbringen. Ich kann euch nicht versprechen, aber zumindest eine Folge dürfte irgendwie drin liegen für den Ausfall, den es diese Woche gegeben hat. Wenn nicht, wird ab Montag der Achim wieder für euch da sein. In diesem Sinne, euch einen schönen Start in den Freitag. Genießt den Tag, seid erfolgreich und, ja, kommt gut ins Wochenende. Euer Pukipsi, tschüss. Hört mehr Geek Talk.